Das Ziel des HelpChat ist, junge, erwachsene, Jugendliche und auch Erwachsene zu unterstützen, zu begleiten, wenn sie Fragen haben, anliegen, psychische Probleme, ihnen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten bieten, je nachdem, was anliegen ist. Es geht zum Teil wirklich um Begleitung, jemanden aus einem guten psychischen Zustand herauszuholen, indem man ihm Hilfsmittel gibt oder andere Perspektiven aufgezeigt. Oder wenn es notwendig ist, dann verwiesen wir auf die nötige Stelle. Also je nachdem, was angesagt ist.